Hey Leute, letzte Tage ist ein Paket von Hasbro bei mir angekommen und deswegen gibt es heute mal ein sehr anderes Video als sonst. In diesem Paket enthalten war nämlich das brandneue Hasbro Meister der Macht Lichtschwert. Heute wird es deshalb mal ein Unboxing Video von diesem Lichtschwert geben, in dem ich euch alle Funktionen des Lichtschwerts vorstelle und euch erzähle, wie ich das Lichtschwert finde. Zunächst einmal muss ich sagen, dass das Lichtschwert wirklich gut gepolstert bei mir ankam. Selbst wenn da jemand mutwillig versucht hätte das Paket zu beschädigen, wäre dem Lichtschwert vermutlich nichts passiert. Aber auch in der eigentlichen Verpackung ist das Lichtschwert gut gesichert. Einmal aus der Verpackung befreit, kann man erst die ganzen Ausmaße dieses Schwertes sehen. Denn auch wenn dieses Schwert vermutlich eigentlich als Spielzeug für Kinder gedacht ist, liegt es überraschenderweise auch sehr gut in meiner Hand. Und da ich 1,94 Meter groß bin, dürfte es vermutlich auch in jeder anderen Hand eines Erwachsenen gut liegen. Die Form des Lichtschwerts erlaubt es aber das Lichtschwert auch gut beidhändig zu führen. Doch dieses Lichtschwert hätte nicht den Namen Meister der Macht verdient, wenn es nicht noch weitere Clues hätte. Denn das Schwert hat sowohl noch verschiedene Licht, als auch Soundmodule eingebaut, wodurch es sich in 4 verschiedene Lichtschwerter verwandeln kann. In das blaue Lichtschwert Obi-Wan Kenobis, in das grüne Lichtschwert Yodas, in das lilanen Lichtschwert Mace Windus und in das rote Lichtschwert Darth Vader. Und je nachdem welche Farbe das Lichtschwert gerade hat, kann es auch entsprechende Zitate der jeweiligen Charaktere wiedergeben. Ich lasse euch mal kurz in einige reinhören. Dadurch, dass dieses Lichtschwert seine Klingenfarbe verändern und somit die Lichtschwerter von 4 verschiedenen Machtnutzern imitieren kann, besitzt der Griff auch ein eigenes Design für dieses Lichtschwert und ist nicht im Griff von einem dieser 4 Charaktere nachempfunden. Dabei ist es so sauber und schlicht gehalten, dass man es wie gesagt gut in der Hand halten und somit auch gut damit kämpfen kann. Gleichzeitig sieht das Design aber auch noch gut aus und ich könnte mir sehr gut vorstellen dieses Design auch bei einem Lichtschwert eines Jedi Großmeisters zu sehen. Und ich rede aus Erfahrung, wenn ich sage, dass ein schlichtes Design wichtig ist, um mit dem Lichtschwert gut spielen und kämpfen zu können, da ich früher in meiner Kindheit Obi-Wans Lichtschwert aus Episode 1 hatte. Und das sah zwar wirklich verdammt cool aus, die Rillen und Aussparungen des Lichtschwerts taten jedoch nach einer Weile wirklich wirklich weh, wenn man damit zu lange gespielt hatte. Und ich habe früher wirklich oft und viel mit Lichtschwertern gegen meine Freunde gekämpft. Solche Schmerzen können jedoch bei dem Design des Meister der Macht Lichtschwerts nicht mehr vorkommen. Wenn man das Lichtschwert zum ersten Mal anmacht, befindet es sich in einem Vorschau Modus, wodurch das Lichtschwert automatisch nach kurzer Zeit die Farben wechselt und kurze Zitate der 4 Macht Nutzer wiedergibt. Auf der Rückseite des Lichtschwerts befindet sich jedoch ein Schalter und wenn man diesen von Stufe 1 auf Stufe 2 stellt, bleibt das Lichtschwert bei der Farbe, die es gerade hat. Mit dem großen Knopf auf der Vorderseite kann man dann das Lichtschwert an und aus machen und mit dem kleinen Knopf kann man die Farbe wechseln. Auf dieser zweiten Stufe hat man dann aber auch noch 2 verschiedene Modi. Wenn man das Schwert nur einfach so anmacht, wird es zwischendurch zufällige Zitate des jeweiligen Meisters wiedergeben. Wenn man jedoch auf beide Knöpfe vorne am Lichtschwert 3 Sekunden lang drückt, kann man diese Sprachfunktion ausschalten, wodurch man dann nur noch den eigentlichen Klang des Lichtschwerts hat. Und das coole an dem Lichtschwert ist natürlich auch noch, dass es von sich aus allein leuchtet. Bei Tageslicht ist das Leuchten des Lichtschwerts so stark, dass man definitiv die Farbe des Lichtschwerts erkennen kann. Zur Spitze des Schwertes hin nimmt die Helligkeit jedoch leider etwas ab. Wenn man das Schwert aber abends im Dunkeln oder in abgedunkelten Räumen nutzt, ist es eine ganz andere Welt. Denn da kommt die Beleuchtung des Lichtschwerts erst so richtig zur Geltung. Was den Sound des Lichtschwerts angeht, bekommt man jetzt keine Qualität, wie sie teure Boxen eines guten Heimkinos liefern würden. Und gerade bei den Zitaten der Jedi Meister und des einen Sith Lords, merkt man den Unterschied zur Soundqualität der Filme. Dafür muss man jedoch bedenken, dass das Lichtschwert eben auch als Spielzeug gedacht ist und dafür ist die Soundqualität sogar besser, als ich es gedacht hätte. Denn bei den Zitaten kann man definitiv die Stimmen der einzelnen Figuren bzw. der Synchronsprecher erkennen. Aber das Summen des Lichtschwerts und die verschiedenen Kampfgeräusche, die das Lichtschwert macht, wenn man es bewegt oder auf etwas drauf schlägt, hören sich phänomenal an. Bei den Aufnahmen im Dunkeln mit dem Lichtschwert habe ich wirklich richtige Gänsehaut bekommen, als ich ein wenig mit dem Lichtschwert herumgespielt habe, weil sich das schon ziemlich real angefühlt hat. Das ist aber immer noch nicht alles zu diesem Lichtschwert, denn das Lichtschwert ist Teil der Blade Builder Serie. Das heißt, dass wenn man ein anderes Lichtschwert dieser Serie noch hätte, was ich leider nicht habe, weshalb ich es euch auch leider nicht zeigen kann, könnte man aus diesen zwei verschiedenen Lichtschwertern ein großes Doppellichtschwert machen, was das Ganze noch epischer machen würde. Wenn ihr euch mal selber ein Bild von dem Lichtschwert machen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link auf die Amazon Seite, auf der das Meister der Macht Lichtschwert verkauft wird. Aber was heißt das jetzt? Würde ich euch raten, das Lichtschwert auch zu kaufen? Oder denke ich, dass sich das für euch nicht lohnt? Und das kommt ganz darauf an, was ihr von einem Lichtschwert erwartet. Wenn ihr, so wie ich, erwachsen seid, aber zwischendurch vielleicht Lust habt, euch wie ein Jedi oder Sith zu fühlen und einen kleinen Lichtschwertkampf gegen eure Freunde zu führen, dann ist dieses Lichtschwert perfekt für euch. Gerade abends sollten die Licht und Soundmodule des Lichtschwerts zu epischen Lichtschwertduellen führen können. Für richtige Sammler, die sich gerne realistische Lichtschwerter an die Wand hängen wollen, ist dieses Lichtschwert jedoch eher nichts, da der Griff eben auch keinem Griff aus den Filmen nachempfunden ist. Und dies mag zwar vielleicht ein Nachteil für Sammler sein, für Kinder, die mit diesem Lichtschwert spielen wollen, ist es aber eher ein Vorteil. Denn so können sie mit nur einem einzigen Lichtschwert entweder Obi-Wan Kenobi, Yoda, Mace Windu oder Darth Vader sein, je nachdem, wonach ihnen gerade ist. Und auch die Sprachfunktion des Lichtschwerts dürfte Kindern große Freude bereiten, da sie so die Stimmen ihrer Helden überall mit hinnehmen können. Falls ihr also ein Kind in der Familie habt, welches gerne ein Lichtschwert haben möchte, würde ich euch wirklich dieses Meister der Macht Lichtschwert empfehlen, da ihr dabei im Prinzip ein 4 in 1 Paket bekommt. Das war es aber auch schon, was ich zu diesem Lichtschwert zu sagen habe. Was sagt ihr? Wie findet ihr diese Art von Video von mir? Und was sagt ihr zu dem Lichtschwert? Seid ihr genauso begeistert, wie ich davon? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Lichtschwerte erfahren wollt, lasse ich euch zwei etwas ältere Videos von mir in der Infokarte da. Zum einen dieses Video, in dem ich euch die Bedeutung der verschiedenen Lichtschwertfarben erkläre und zum anderen dieses Video, in dem ich euch alle bekannten Lichtschwerttypen zeige. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.